Kamera läuft, Freunde. In diesem Video gibt es mal einen Realtalk über das ganze Geflexe hier mit den Geldscheinen. Der ist übrigens nicht echt. Sieht man hier, da ist so eine Markierung. Das ist kein echtes Geld, habe ich geschenkt bekommen aus Metaphergründen oder aus Symbolik. Ich will mal so ein bisschen drüber quatschen über das ganze Rolex-Geflexe. Da Ferraris, Autos und I make you rich und so weiter. Und ich sage euch ganz ehrlich, ihr schaut jetzt vielleicht dieses Video und denkt, geil Calvin, zerlegt die Jungs mal, die da immer vor ihren geliesten Autos stehen und so weiter. Aber ich sage euch jetzt mal was. Ich zerlege die jetzt nicht. Ich werde die jetzt mal ein bisschen verteidigen. Aber bevor ich das tue, will ich erstmal ein Statement ablassen, dass das nicht meine Art ist, was da gemacht wird. Also wisst ihr, ich lebe in einer Familie hier, wir haben einen Hund, ich habe zwei Kinder. Bei mir ist dieses Rolex, geile Autos. Das Thema gibt es bei mir nicht. Aber jetzt mal ganz ehrlich, selbst wenn ich jung war, war das bei mir auch nicht so der Fall. Aber angenommen, ich werde jetzt ein bisschen jünger und mich triggert das. Irgendwo auf einer Yacht unterwegs, geiles Auto, eine fette Uhr. Was spricht dagegen, das anzustreben? Und wenn das erstrebenswert ist, was spricht dagegen von einer Person, die das hat, als Motivation einzusetzen? Wo ist das? Ich meine, du sagst ja auch nicht zu einem Fitnessathleten, der auf 7% Körperfett ist, was vielleicht auch nicht immer perfekt ist oder gesund ist. Sagst du ja auch nicht, hör mal zu, das ist, wieso setzt du das ein? Das ist doch das Extrem. Das macht man doch nicht mit solchen Muskeln, die Jungs dazu zu bewegen. Du kannst dir alles negativ einsetzen, ethisch unkorrekt und korrekt. Und solange du immer darauf hinweist, dass das vielleicht auch Nachteile hat und auch ehrlich bist, dass du dich nicht vor so eine fremde Karre hinstellst und was Falsches suggerierst. Solange du ehrlich bist und die Rolex dir auch gehört und solange du auch dazu sagst, dass der AMG bei mir in meinem Fall ein VIP-Leasing ist mit Mercedes, das ist Falschgeld und die Apple-Uhr ist ehrlich. Echt. Die war auch teuer, ja. Aber solange man immer ehrlich ist, ist doch alles okay. Und warum hackt man dann auf diesen Leuten rum? Also ganz ehrlich, ich finde das geil, wenn diese Coaches mit ihren Autos, mit ihrer Rolex, die Rolex gehört denen auch, wenn die andere Menschen dazu bewegen, sich hinzusetzen, was aus ihrem Leben zu machen, Bücher zu lesen, sich weiterzubilden, dann ist mir das viel lieber wie bevor die jungen Leute auf die Straße rausgehen und irgendeinen Scheiß bauen, irgendeinen Scheiß aus ihrem Leben machen. Ich appelliere halt ganz stark an die Transparenz. Und ich appelliere auch ganz stark daran, dass man, bevor man solche Leute konsumiert, dass man auch mal überprüft, sich auch mal ein bisschen umhört, mit vielleicht Coaching-Teilnehmern spricht, sagen wir mal, funktioniert das wirklich, wie läuft das überhaupt ab und so weiter. Und an diejenigen, die es anbieten, appelliere ich an Transparenz. Also wer da lügt und bescheißt, ist bei mir eh voll unten durch. Wer lügt, voll unten durch. Und ich halte auch nichts von denen einmal Business-Glas fliegen, sich dabei fünfmal umziehen, fünf verschiedene Bilder an fünf verschiedenen Wochen hochladen und dann sagen, ich fliege wieder Business-Glas. Halte ich auch nichts davon. Fake it until you make it. Nein, es ist auch nicht so geil. Aber ich wollte einfach mal sagen, dass es okay ist, weil hier vielleicht auch junge Leute zuschauen, es ist okay, wenn du einen Ferrari anstrebst. Du wirst dann schon feststellen, dass es vielleicht für dich nicht lohnt, dass es dich nicht langfristig glücklich macht. Aber ganz ehrlich, beim einen ist es der Ferrari, beim anderen ist es ein teures Objektiv, beim anderen ist es wieder was. Wir haben schon so viel Geld rausgeschmissen. Und deswegen, bevor man über jemanden schimpft, wenn das Auto dieser Person gehört und die lange dafür gearbeitet hat, ich finde es in Ordnung. Mein Ding ist es natürlich nicht. Mich triggert es überhaupt nicht. Mich kannst du triggern, wenn einer fünf Stunden am Tag Playstation spielen kann, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Dann denke ich, geil, wie hast du das gemacht? Hast du ein Unternehmen? Spielst du Playstation? Wow, Respekt. Das triggert mich. Aber für andere ist das vielleicht ein Ansporn. Und wenn dieser Ansporn groß genug ist, was aus deinem Leben zu machen, und diese Coaches, über die wir oft schimpfen, klar, viele haben keine Lebenserfahrung und verkaufen sich zu stark. Alles in Ordnung. Aber die sorgen ja nicht dafür, dass was ganz Schlimmes passiert oft. Oftmals sorgen die dafür, dass Leute kein Alkohol mehr trinken. Was aus dem, wie gesagt, sich weiterbilden und so weiter. Es ist halt diese Verantwortung. Und dieses Verantwortungsbewusstsein haben viele junge Leute nicht, die sich, egal ob sich so ein Auto geleistet haben, da fehlt es an Verantwortungsbewusstsein. Aber wenn wir die halt angreifen und sagen, was ist das für eine Scheiße, was du machst, da hilfst du ja auch nicht. Da wäre es besser, wir sagen dann, hört mal zu, es ist doch deine Karre, du darfst doch stolz sein, aber bitte formulier es doch ein bisschen anders nach draußen. Du suggerierst was Falsches, sag dazu, dass es lange dauert und so weiter. Das wollte ich einfach mal raushauen. Das wollte ich einfach mal raushauen, weil ich weiß, wie viele von euch auch in meiner Anwesenheit schon oft gesagt haben, so Calvin, bei dir ist es anders, du bist auf dem Boden geblieben und die, die flexen nur, yo, ich flex mit anderen Dingen, wenn ich es kann. Also das Flexen ist okay, Flexen ist angeben. Das ist doch okay. Gib doch an, was du erreicht hast. Da können wir uns doch alle mitfreuen, wenn das wirklich jemand geschafft hat. Ethisch korrekt einsetzen. In diesem Sinne, schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr darüber denkt. Und nochmal, zu guter Letzt, ich finde es nicht korrekt, diese Dinge einzusetzen, um auf Wege zu führen, wie sie nicht waren, wie sie nicht sind. Dass alles deutlich schneller geht und so weiter. Das, davon will ich mich komplett distanzieren. Aber ich wollte es nur nochmal sagen, ich finde es nicht schlimm, wenn sich jemand das erarbeitet hat und dann sagt, ich habe es geschafft, du kannst es auch schaffen. Und das kann man auch schaffen. Halt wahrscheinlich nicht in zwei Wochen. Das muss man auch dazu sagen. Also auch keine Informationen weglassen. So, das war es. Real Talk. Ich beende die Aufnahme. Bin gespannt auf euer Feedback. Und immer respektvoll bleiben, Freunde. Bis dann.